Ist der Streit damit gegessen? Capital B.R.A. 24 und Dieter Bohlen, 65, lieferten sich wegen eines Interviews des Poptitans vor kurzem einen heftigen Beef. Der Grund, Dieter hatte behauptet, dass in 35 Jahren die Musik des Deutschrappers niemand mehr hören würde und dass es in seinen Texten zwar um teure Uhren und Autos gehe, Kapi aber eigentlich in recht bescheidenen Verhältnissen lebe. Das ließ der Berliner natürlich nicht auf sich sitzen und konterte im Netz mit Filmaufnahmen seiner Luxusschlitten. Nur wenige Stunden später sollen die beiden jedoch telefoniert und den Streit beendet haben. Nun schien der Sprachkünstler via Instagram aber doch noch einmal nachzulegen und veröffentlichte eine Coverversion des modernen Talking Evergreens Sherry Sherry Lady. Die Antwort des Originalinterpreten ließ nicht lange auf sich warten. Dieter schlichtes Urteil, hammermäßig. Ob sich die Fans jetzt auf ein Duett der Bühnenstars freuen dürfen. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tipps.promiflash.de Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.